Das ist noch humorvoller als der Witz, den du uns gestern erzählt hast. Gut, also ein Jude und ein Chinese betreten gemeinsam eine Bar. Oh, Moment mal. Also ein Jude und ein Chinese betreten gemeinsam eine Bar. Und da sitzt ein nackter Priester und der... Entschuldigung, Hochwürgen... Den kenn ich schon.